Hallo, mein Name ist Ralf und ich habe ein Problem mit Geschichtebüchern. Geschichte ist sowas Spannendes und trotzdem sind Geschichtebücher oft so staubtrocken. Genau deshalb habe ich Endstation Brexit geschrieben. Ein Geschichtebuch mit Augenzwinkern. Ich erzähle darin aus 2000 Jahren englisch-europäischer Geschichte und es gibt zum Glück keinen Grund, diese Geschichte professorenhaft trocken niederzuschreiben. Sie ist auch zum Wegschmeißen komisch. In insgesamt neun Episoden zeige ich, wie sich Briten und Europäer seit Jahrtausenden gegenseitig die Schädel einschlagen, nur um sich sofort wieder in die Arme zu fallen. Das soll sich der Brexit mal nicht so aufspielen. Endstation Brexit. Das bedeutet für dich, wissen wir es zum Brexit kam, irre komische Episoden aus der Geschichte, einfach richtig gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020